Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite's Gen Gameplays. Der Kieferknacker ist hier. Joa, und da ist er gleich nochmal. Haha! Und ich weiß gar nicht, wie oft er noch in diesem Spiel gewesen ist. Da bin ich wieder mal. Und, joa, dann Batman, da hinten ist der andere. Joa, würde ich mal sagen, dann lassen wir das Ding doch einfach mal laufen. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code sofort und gleich TTV. Dann auf Annehmen drückt und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Da haben wir sie gleich nochmal. Oh, streichelt sie gleich ihr SMG. Sieht aber schon irgendwie echt cool aus, ne, die Lady? Also muss man tatsächlich so sagen, was hat die eigentlich dafür? N, okay. Da kann ich auch mal Sachen erkennen, die man sonst so nicht sieht. Ich hätte drauf nicht. Tätowiert. Da, ne kleine Flasche. Ist echt cool. Und hier ist sie gleich nochmal. Also gleich viermal im Spiel. Scheint wirklich mega beliebt zu sein, die Lady. Okay. Und dann ist sie natürlich ganz cool. Jetzt ist sie ganz schön unter Beschuss und damit ist sie dann auch schon wieder tot. Und so wie ich das sehe war das diese andere neue Skin gewesen. Das heißt wir werden später in dem anderen Video dann sehen wie er sie killt. Worauf schießt du tatsächlich jemand da ist unglaublich. In der Wiederholung nicht zu sehen. Ein Geist. Das ist ein Geist. Ah jetzt ist jemand da. Jetzt mit einem anderen Backpack und mit der Marshmallow Picke. Der Backpack passt ganz gut. Der Rucksack kann man schon echt sagen. Ja Marshmallow Picke ist cool. Das ist ein Geist. Das ist ein Geist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja auch der Gleiter passt ganz gut zu der, ganz in schwarz, sehr cool. Und der war doch drauf, der war doch drauf. Der nicht. Der Typ checkt doch gar nichts, ne? Wenn er jetzt aus der Luft geholt hätte... Jetzt wird nur noch gesniped. Eine Sniper Raid... Geht aber auch keiner hin zu ihr, ne? Also... Ja, der läuft sogar noch weg. Dreht ihr den Rücken zu, sie schießt schon auf ihn, ne? Laufen wir einfach mal die Rampe hoch, alles egal. Das ist urscht. Der steht auch einfach so da rum, da unten steht auch noch einer. Was ist los mit denen, ey? Ja, das war dann tatsächlich zu viel. Hmph! Hmph! Hmph, okay. Ganz gutes Rifle Aim. Auch diesen schwarzen Rucksacken drauf. Hmph. Ja. 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 Das ist dein Ernst. Die beiden würde ich jetzt den Rocket reinjagen. Das sieht natürlich auch geil aus mit dem Gleiter. Das sieht natürlich auch geil aus mit dem Gleiter. Der Bad Gleiter ist schon echt mega. Muss man tatsächlich sagen ey. Das Ding ist geil. Action. Action. Oh. Ja. 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 Das sieht natürlich auch cool aus. Wenn das nicht das Bild des Tages ist. Der Guaco. Das ist ja mal so geil. Dieses Bild ist einfach nur geil. Ja. Das wird wohl auch mein Screenshot werden. Ja Leute. Wenn euch das heutige Video gefallen hat. Dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt. Fortnite Skin Gameplays. Schaut rein. Macht es gut. Bis dann. Und tschüss. Ist das cool. Ha 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 ha.